Hi, wir sind Josie und Patrick von DanceBody.de und in diesem Video zeigen wir euch in kürzester Zeit, wie das Darm-Solo im Discofox funktioniert. Das Darm-Solo ist eine schöne Drehung, die auch perfekt für Discofox-Anfänger geeignet ist. Schaut euch mal an, wie sie aussieht, wenn ihr sie gelernt habt. Los geht's mit der Express-Erklärung für das Darm-Solo. Dafür macht man direkt mit und stellt euch so auf wie Patrick und ich. Die Lieder nehmen Patrick, die Follower nehmen mir. Und das Erste, was wir brauchen, ist seine linke Hand und die rechte Hand des Followeres. Und wir nehmen sie mal hoch, sodass wir hier ein kleines Dach erkennen. Und der Follower darf jetzt mal unter diesem Dach unterdurch gehen. Wir zeigen das einmal. Einmal unterdurch, die Schritte sind egal. Einmal anlächeln und wieder zurück. Macht mal direkt mit. Arm hochgehen und dann unterdurch. Und wieder zurück. Jetzt brauchen wir natürlich aber noch Schritte dazu. Und wir tanzen immer Schritt, Schritt, Tap. Das zeigen wir euch einmal. Das sieht dann so aus. Schritt, Schritt, Tap und Schritt, Schritt, Tap. Okay, macht mal direkt mit. Arm schon mal hochnehmen. Lieder mit links, Follower mit rechts. Fünf, sechs, jetzt. Und Schritt, Schritt, Tap und Schritt, Schritt, Tap. Okay, machen wir noch einmal. Fünf, sechs, jetzt. Und Schritt, Schritt, Tap und Schritt, Schritt, Tap. Das Damen-Solo kann man immer schön aus dem Grundschritt tanzen. Die einfachste Möglichkeit ist zum Beispiel nach der Vorwärtshälfte des Lieders. Wir zeigen einmal. Eins, zwei, Tap. Dann ein Damen-Solo. Und dann direkt wieder in den Grundschritt. Okay, das probieren wir mal gemeinsam. Stellt euch auf. Lieder starten vorwärts, Follower rückwärts. Fünf, sechs, jetzt. Und eins, zwei, Arm hoch, Damen-Solo, Tap. Eins, zwei, Tap und Grundschritt, Tap. Machen wir noch einmal. Fünf, sechs, jetzt. Und eins, zwei, Arm hoch, eins, zwei, Tap. Und eins, zwei, Tap und Grundschritt, Tap. Sehr schön. Das war das Damen-Solo. In unseren Online-Tanzkursen auf DanceBuddy.de zeigen wir euch nicht nur das Damen-Solo, sondern auch zahlreiche weitere Discofox-Figuren in ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und angeleiteten Übungsphasen. Also schaut einfach mal vorbei. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert unseren YouTube-Channel. So verpasst ihr keines unserer neuen Videos. Und wenn euch das Video gefallen hat,